Hallo, heute wollen wir euch mal die Brennnessel unter den Pflanzen vorstellen. Nämlich die Brennnessel. Was ihren Standort angeht, ist die große Brennnessel natürlich der absolute Alleskönner. Die ist da nicht so spezifisch, was viele Faktoren angeht. Ein Faktor, der ist hier schon sehr wichtig und das sind Nährstoffe. Also da wo viel Nitrat im Boden ist und so, da wo der Boden halt richtig, richtig voll davon ist, da finden wir die Brennnessel. Das zeigt sie uns natürlich auch an. Ansonsten ist sie wirklich super flexibel. Also die kann sowohl auf eher sauren, neutralen basischen Böden wachsen, die hält Licht aus, volle Sonne, Halbschatten und auch eher Meerschatten. Also da ist sie wirklich flexibel. Es gibt aber schon gewisse Tendenzen. Also sie hat schon so eine gewisse Vorliebe für sowas, was wir jetzt hier zum Beispiel haben. Also hier haben wir natürlich große Nährstoffvorkommen im Boden. Ja, das sehen wir eben an der Brennnessel, aber auch an den ganzen anderen Pflanzen, die jetzt hier so langsam alle kommen und uns das anzeigen. Und sie mag eigentlich auch ganz gerne feuchtere Erde. Also hier ist es jetzt direkt am Rande von so einem kleinen Vlies, was hier ist und die Brennnessel wächst hier tatsächlich hier unten. Eine ist hier sogar, die wächst hier aus dem Wasser raus. Das ist natürlich sehr extrem, aber die meisten sind hier so am Rand, am Uferrand. Mag gerne so Auwälder oder auch so Erlenbruchwälder, die Ränder davon zumindest, ist eben auch so ganz typisch, wenn auch so Areale trockengelegt werden oder so. Also wo jetzt öfter mal Überflutungen sind und so, dass die dann da sehr oft auftaucht. Also die mag schon eher feucht und auch eher ein bisschen schattig eigentlich. So Halbschatten ist schon besser, aber sie kann auch alles mögliche andere. Also die ist da wirklich sehr flexibel. Hauptsache es kracht halt so richtig mit den Nährstoffen im Boden. Die Brennnessel sieht natürlich sehr markant aus. Das Aussehen ist halt ganz typisch und was uns erstmal auffällt, ist natürlich so aus der Ferne betrachtet vor allen Dingen die Farbe. Die Brennnesseln haben ja eine recht dunkle Blattfarbe. Das ist so dunkelgrün oder auch in diesem jungen Alter, gerade auf der Blattunterseite, was mehr so in Richtung Purpur sogar geht. Sehr markante Farben, sehr dunkel gehalten alles. Auch die Stiele haben auch wie so eine purpur bis weinroten Farbtöne jetzt hier in diesem Zustand, wo die jetzt hier gerade sind. Die können durchaus auch ein bisschen heller werden, die Blätter von der Brennnessel, gerade auch wenn die ein bisschen älter werden und so und größer noch. Aber das ist erstmal so, das Farbliche geht schon mehr ins Dunkle rein, typischerweise. Dann haben wir Blätter natürlich, überraschenderweise für eine Pflanze. Und die sind so herzförmig und sehr markant gesägt auch der Blattrand. Also das ist auch ein ganz typisches Merkmal. Und die Blätter sind immer gegenständig. Also stehen sich immer zwei Blätter genau gegenüber. Und das ist eben auch ganz typisch. Und es ist zusätzlich auch kreuzgegenständig. Also das heißt immer so zum Beispiel, diese beiden zeigen nach Ost und West, diese nach Nord und Süd, diese wieder nach Ost und West und so weiter. Also so, das ist damit gemeint. Und dann haben wir natürlich auch die Brennhaare, die man ja recht deutlich auch so mit dem Auge sehen kann. Ja, wenn man sie jetzt von ganz nahem betrachtet, dann kann man da auch teilweise sogar richtig sehen, wie diese aufgebaut sind. Nämlich, dass die unten so Richtung, also an der Basis sozusagen, ein bisschen dicker sind, die Brennhaare. Und nach oben hin eher schmaler und spitzer. Wie gesagt, die Pflanze ist behaart mit diesen Brennhaaren. Hat aber auch noch andersartige Behaarung. Man sieht es also hier, die sind sehr haarig. Sowohl auf der Blattoberseite, als auch auf der Blattunterseite und am Stiel. Übrigens, der Stiel ist auch recht kantig. Also der ist nicht so richtig rund, sondern eher kantig. Ja, die Pflanze ist jetzt so jung hier natürlich noch sehr klein. Also so alle Pflanzen fangen mal klein an. Und hier haben wir jetzt gerade mal so zehn Zentimeter oder so. Aber eine ausgewachsene Brennnessel wird dann bis hin zu drei Metern im Extremfall. Also die können richtig, richtig groß werden. Und das ist eben ganz typisch und unterscheidet sie auch jetzt die große Brennnessel von der kleinen Brennnessel. Ja, so groß werden die in etwa. Aber meistens, wenn man jetzt die Blätter ernten will, erntet man ja oft schon, bevor die Pflanze so ihr maximales Alter erreicht hat. Dann im Sommer bis in den Herbst rein kommen dann auch die Blüten der Brennnessel. Ja, die sind sehr unauffällig. Also die sind so in Rispen angeordnet und die Farbe ist dann so gelblich, grünlich, bräunlich und sehr unauffällig. Was die Brennnessel unterscheidet zum Beispiel von den Taubnesseln, die ja auch so ein Verwechslungskandidat sind, weil sie auch recht ähnliche Blattformen haben und so. Die Taubnesseln haben natürlich sehr auffällige Blüten. Ja, in rosa oder auch in gelb und sowas alles. Also da gibt es ja ganz auffällige Blüten und bei der Brennnessel sind die Blüten halt oft viel später als bei den Taubnesseln und eben viel unauffälliger. Ja, dann kommen auch irgendwann die Samen und auch die hängen an so Rispen dran. Die sind auch so ein bisschen grünlich gefärbt, dann immer noch die Rispen. Und da sitzen dann eben die Samen drin. Ja, so sieht es in etwa aus. Also die hat schon sehr markantes Aussehen, die Brennnessel. Und im Zweifelsfall, wenn man sich doch nicht so sicher ist, ob es eine Brennnessel ist, einfach mal beherzt zugreifen und dann wird man es merken. Ökologisch ist die Brennnessel extrem wertvoll. Und zwar für Schmetterlinge bzw. Schmetterlingsraupen. Und das ist natürlich extrem wichtig, denn Insekten werden leider immer weniger. Dazu gehören natürlich auch die Schmetterlinge. Und für die ist die Brennnessel wirklich eine der wichtigsten Pflanzen überhaupt. Also zum einen gibt es viele Schmetterlingsraupen, die sich ausschließlich von der Brennnessel ernähren und die da wirklich richtig von abhängen. Zum Beispiel der Admiral, der kleine Fuchs, Tagfaunauge und noch einige mehr. Das nennt man also dann Monophagie. Die brauchen die Brennnessel, die ist halt absolut essentiell für sie. Aber insgesamt gibt es halt noch viele, viele, viele weitere Schmetterlingsraupen, die auch alle von der Brennnessel essen. Also über 50 Arten von Schmetterlingen profitieren von den Brennnesseln. Und das ist natürlich ein richtiger Hammer. Also da gibt es kaum Pflanzen, die wirklich so doll essentiell sind für die Raupen. Und die Raupen haben da auch so Methoden gefunden. Die krabbeln nämlich besonders gerne so an den Blattadern entlang und fressen so ein bisschen um die Brennhaare drumherum. Das ist also so ein ganz wichtiger Aspekt eben von der Brennnessel. Ansonsten zeigt sie uns aber natürlich auch gleichzeitig sehr viel an. Wir haben es ja beim Standort schon so gehört. Die Brennnessel zeigt uns so ein hoher Nitratvorkommen an im Boden und so. Und das ist natürlich mal Fluch, mal Segen. Wenn man jetzt die Brennnessel im Garten hat, kann man sich natürlich freuen. Denn das heißt, der Boden ist schön fruchtbar und das mit dem Kompostieren hat anscheinend gut geklappt. Gute Komposterde, schöner fruchtbarer Boden. Da wird also auch alles andere, was da wächst, richtig schön gedeihen. Also da ist die Brennnessel natürlich absolut gut. Als Zeigerpflanze dafür, dass der Boden halt intakt ist. Insgesamt aber ist es natürlich so, dass es Brennnessel in offenen Orten gibt, wo wir sie uns eigentlich nicht wünschen. Und da zeigen sie uns halt ganz klare Probleme auf, ökologische. Nämlich die Überdüngung, die durch die Landwirtschaft passiert. Zum Beispiel an einem Wald, wo eigentlich Orchideen drin wachsen würden, die es vielleicht schon lange nicht mehr gibt, weil nebendran ein Feld ist, wo der Dünger dann halt in den Wald geschwemmt wird und sowas. So klassische Situationen. Und der Boden halt einfach komplett verseucht ist mit zu vielen Nährstoffen und dadurch werden dann halt viele, viele Arten von Pflanzen oder eben auch Pilzen, Mykorrhiza-Pilzen bedroht und vernichtet. Also da ist die Brennnessel eben oft auch ein Hinweis dafür, dass einiges falsch läuft. Eutrophierung aus der Luft ist natürlich auch so ein Faktor, der da eine große Rolle spielt. Im Garten, wie gesagt, zeigt es uns eher an, dass alles gut ist für die anderen Pflanzen. Beim Sammeln ist es natürlich auch so, weil die Pflanze so hohe Nährstoffe anzeigt, ist natürlich auch immer die Frage, wo man die sammelt, wenn man sie sammeln möchte. Denn der Klassiker ist zum Beispiel, dass sie natürlich auch in Parks wächst, in Stadtparks. Da ist sie vor allen Dingen natürlich eine Anzeige dafür, wo die Toiletten sind. Egal ob für Hunde oder für Menschen. Deswegen wachsen die dort dann halt meistens, weil da so hohe Nährstoffvorkommen sind. Anderenorts ist es vielleicht ein bisschen anders. Es gibt ja unterschiedliche Gründe für hohes Nährstoffvorkommen im Boden. Aber an bestimmten Orten sind sie halt auch einfach eine Anzeigerpflanze für öffentliche Toiletten. Und ansonsten sind die Brennnesseln natürlich auch eine sehr resistente Pflanze. Die hat sehr viel Kraft. Und wenn man da jetzt einfach alle Triebe absäbelt, die so aus der Erde kommen oder abpflückt und erntet, da sagt sich das Rhizom unter der Erde einfach nur, tja. Und dann kommt halt schon wieder was Neues nach. Es hat ein schönes Rhizom, die Brennnessel unterirdisch. Und deswegen hat die halt richtig Kraft und Energie und Willen immer wieder was nachzuschießen. So wie da oben was abgesäbelt worden ist. Das bringt also bei der nicht viel. Davon profitiert die Pflanze auch sehr, zum Beispiel bei Waldbränden. Denn da brennen ihr vielleicht die oberirdischen Teile auch weg. Tja, so ist das Schicksal von der Brennnessel halt auch mal. Die kann halt auch mal abgefackelt werden und brennen. Aber das macht ja gar nicht so viel. Im Gegenteil, die profitiert da teilweise auch noch von bei Waldbränden. Denn da wird ja vieles, was so trocken ist, weggemacht. Und das ist dann natürlich schön auf dem Boden. Das ist dann schön fruchtbar alles. Und dann denkt die sich, noch mehr Nährstoffe und alles und schießt dann erstmal wieder richtig hoch. Also davon profitiert die Pflanze dann auch. Ansonsten, was auch noch sehr interessant ist an der Brennnessel, ist, dass sie auch sehr, sehr viele Samen produziert. Also in Extremfällen kann eine Pflanze tatsächlich bis zu 20.000 Samen produzieren. Was schon ziemlich viel ist. Also so ist so ein bisschen die Ökologie von der Brennnessel. Wenn man im Garten irgendwo vielleicht eine Stelle hat, mit der man eh nichts zu tun hat oder so, dann ist es sehr sinnvoll, die Brennnesseln, die vielleicht dort kommen, stehen zu lassen und nicht wegzumachen. Also wer irgendwo den Platz hat und eh nichts anderes damit machen will, sollte Brennnesseln immer stehen lassen. Und natürlich wäre es auch sehr wünschenswert, wenn im öffentlichen Raum, in Städten und so und überall eigentlich viel mehr Brennnesseln stehen gelassen werden würden, weil das würde unfassbar gut sein für die ganzen Schmetterlinge. Also es ist wirklich super wichtig für diese Pflanze. Und ja, es macht keine Arbeit. Im Gegenteil, wenn man Brennnesseln auch einfach mal in Ruhe lässt und schön wachsen lässt. Da freut sich die Natur auf jeden Fall sehr und wir kriegen davon natürlich dann auch viel mit, weil überall schöne bunte Schmetterlinge rumfliegen. Was die Inhaltsstoffe angeht, ist die Brennnessel eine der besten Wildpflanzen, die es überhaupt gibt und wahrscheinlich auch eines der besten Lebensmittel, was es überhaupt gibt. Wir sind zugegebenermaßen natürlich auch ziemlich biased, was sowas angeht. Aber es ist wirklich so. Also die Brennnessel enthält fast alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die wir Menschen so brauchen. Da gibt es nur ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Vitamin B12 und D ist jetzt nicht drin. Aber sonst ist wirklich fast alles drin und das dann auch oft in richtig großer Menge. Und das macht die Brennnessel tatsächlich zu so einer pflanzlichen Multivitamin- und Mineralstofftablette. Nur halt so ganz natürlich. Und um da mal so ein paar Beispiele zu nennen, haben wir da zum Beispiel vor allen Dingen sehr viel Kalzium drin. Also wirklich unfassbar viel. Das können über 700 Milligramm pro 100 Gramm Pflanze sein. Und das ist wirklich sehr viel. Stellt auch die meisten anderen Lebensmittel tatsächlich, die es so gibt, in den Schatten, was den Kalziumgehalt angeht. Früher hat man ja immer gesagt, Milch ist gut, nur wegen dem Kalziumgehalt. Das kann man wirklich komplett vergessen mit der Milch. In der Brennnessel ist viel mehr Kalzium enthalten und damit ist die richtig gut unterwegs. Aber sie enthält auch andere Sachen. Ja, recht viel Eisen auch, recht viel Mangan. Auch sehr viel Vitamin A ist zu nennen. Also da kann man auch locker den Tagesbedarf decken mit relativ kleinen Mengen Brennnesseln. Vitamin C ist viel drin. Dann enthält sie auch sehr viel Kieselsäure. Das gibt der Brennnessel vor allen Dingen so ein bisschen Stabilität und sowas. Die Kieselsäure ist im Grunde genommen Silizium. Und ja, teilweise heißt es auch so, Silizium ist vielleicht auch für den Menschen eigentlich essentiell. Man findet es zumindest im Menschen sehr viel. Zum Beispiel in Knochen oder Bindegewebe. Aber dass es essentiell für den Menschen ist, ist auch so ein bisschen umstritten. Denn es gibt bisher keinerlei Mangelerscheinungen, die man irgendwie festgestellt hat. Also sowas wie ein Siliziummangel oder so. Wie dem auch es sei. Es ist auf jeden Fall in Form von Kieselsäure sehr viel davon in der Brennnessel vorhanden. Dann enthält die Brennnessel natürlich auch den Klassiker für Pflanzen. Flavonoide verschiedene. Und da enthält sie auch so ein paar Klassiker. Zum Beispiel Quercetin und Kempferol. Und ja, Flavonoide sind natürlich auch extrem spannend, was ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus angeht und so. Wenn ihr euch dafür interessiert, zum Beispiel für Quercetin und Kempferol, die hier drin sind, schaut am besten dann im Anschluss mal unser Video zum Scharboxkraut. Denn da geht es unter anderem auch um diese beiden Flavonoide. Dann enthält sie einen Stoff, der heißt Scopoletin. Das ist ein Coumarin. Und auch ganz interessant, hat zum Beispiel in so ein paar Versuchen so neuroprotektive Wirkungen gezeigt. Dann ist ein Stoff enthalten, der nennt sich Sitosterol. Der ähnelt wiederum sehr dem Cholesterin und wird eben auch zur Cholesterinsenkung eingesetzt. Und auch vorhanden in der Brennnessel sind zum Beispiel auch Anthocyane. Wenn ihr euch für die interessiert, schaut am besten mal unser Video zur Blaubeere wiederum im Anschluss. Denn da geht es ein bisschen darum, was die so können. Denn die sind sehr viele in den Blaubeeren auch enthalten. Also wie ihr seht, die Brennnessel ist richtig gut. Auch die Blätter enthalten recht viel Protein, also so circa sieben Gramm. Und auch mit einem sehr guten Aminosäureprofil. Also sehr viele essentielle Aminosäuren sind da drin. Richtig gut. Dann gibt es natürlich später im Jahr, was wir auch gerne sammeln, auch die Samen von der Brennnessel. Bei den Samen ist es so, dass die natürlich sehr viel Öl enthalten. So circa 30% größtenteils aus einer essentiellen Fettsäure, nämlich aus Linolsäure in dem Fall. Außerdem enthalten die Samen auch recht viel Vitamin A und Vitamin E in dem Fall. Und Protein. Und die Samen enthalten natürlich noch mal viel mehr Protein als die Blätter. Und bis zu 30% auch. Und damit sind die halt auch eine richtig, richtig krasse Proteinquelle. Also kann damit wiederum locker auch mit sowas wie mit Linsen und so mithalten teilweise sogar noch viel besser. Also die Brennnessel ist, was ihre Nährwerte angeht, und so wirklich richtig gut. Und enthält super viele spannende Inhaltsstoffe. Also hoch faszinierend, was in dieser Pflanze da alles steckt. Die Brennnessel ist wissenschaftlich auch schon relativ gut untersucht. Zumindest im Vergleich zu den meisten anderen Wildpflanzen. Und da gibt es schon einige interessante Studienergebnisse. Wie immer natürlich jetzt hier vorab der Disclaimer, dass die Ergebnisse aus Tierversuchstudien nicht auf den Menschen immer sich übertragen lassen. Und es muss nicht so sein, dass es bei Menschen genauso ist. Ja, schauen wir uns mal erst mal die Blätter an, was die in Tierversuchen so gezeigt haben. Da hat sich zum eine diuretische Wirkung gezeigt. Eine schmerzlindernde Wirkung. Eine entzündungshemmende Wirkung. Dann auch so eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten hat sich gezeigt. Eine leberschützende Wirkung. Eine nierenschützende Wirkung. Eine blutzuckersenkende Wirkung. Und eine blutdrucksenkende Wirkung. Da haben wir schon mal ein ganz schön großes Programm an verschiedenen Wirkungen, was sich gezeigt hat. Dann gibt es aber glücklicherweise bei der Brennnessel auch relativ viele Studien mit Menschen schon. Und was die Blätter angeht, vor allen Dingen ist da ein ganz großes Gebiet so Gelenkerkrankungen. Zum Beispiel Arthrose oder Rheumatoide Arthritis. Und da hat sich in verschiedenen Studien schon eine Verbesserung der Symptome gezeigt. Was also zum Beispiel so Schmerzen angeht oder Bewegungseinschränkungen, Gelenksteifigkeit. Dass sich solche Faktoren eben in den Studien durch Brennnessel, Blätter und eben entsprechende Extrakte verbessert haben bei den Studienteilnehmerinnen. Und dann hat sich auch so etwas gezeigt, wie eine diuretische Wirkung. Was wir auch bei Tierversuchen schon hatten. Das war in dem Fall eine Studie mit Patienten, die eine chronische Herzinsuffizienz hatten. Und da hat sich eben die diuretische Wirkung gezeigt. Was auch ganz interessant ist, ist auch eine Blutzuckersenkende Wirkung, die sich auch gezeigt hat bei Studien mit Menschen. Und besonders spannend auch, aber auch noch leicht umstritten, noch nicht ganz abschließend abgeklärt. Da gibt es noch nicht genug Studien. Vielleicht auch eine Verbesserung der Symptome von Heuschnupfen. Also auch da gibt es Studien mit Menschen in der Richtung. Und das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld für viele, weil da sind ja auch viele von betroffen. Das sind so ein bisschen die Blätter und ihre Wirkungen. Dann die Samen, die sind, was so Medizin angeht, jetzt nicht so sehr erforscht und so. Das ist halt eher Nahrungsmittel und so, was ja wie gesagt sehr gesund ist und so. Aber eben jetzt so von der Wirkung her nicht so viele Studien dazu hat. Die Wurzeln wiederum, die sind auch wieder recht viel erforscht. Und in Tierversuchsstudien hat sich da zum einen was gezeigt. Eine Wachstumshemmung bei Tieren mit benigner Prostatahyperplasie und auch eine antiepileptische Wirkung. Diese ganze Sache mit der benignenden Prostatahyperplasie wurde dann wiederum auch schon mit verschiedenen Studien mit Menschen erforscht. Und da hat sich eben auch oft eine Verbesserung der Symptome gezeigt. Und darum wird die Wurzel da teilweise eben mittlerweile auch zur Behandlung oder zur begleitenden Behandlung zumindest eingesetzt, weil sich da eben viel verbessert hat schon in Studien bei den Teilnehmern. Die Einnahme, also die Wurzel, wurden auch natürlich oft in Form von Extrakten verabreicht, dass es eben gezeigt hat, dass der Testosteronspiegel bei den Teilnehmern zum Beispiel gleichbleibend ist, während ein sehr potentes Östrogen, nämlich Estradiol, sinkt. So vom Spiegel her bei den Messungen. Und das ist wiederum auch einer der Gründe, warum teilweise Brennnesselwurzel-Extrakte auch im Kraftsport eingesetzt werden. Also ist das natürlich jetzt nicht so gut erforscht, wie inwiefern das da dann wirkt. Aber auf solchen Studien basierend, die eigentlich was ganz anderes untersucht haben, wird es dann teilweise eben auch da wieder verwendet. Also so sieht das aus mit der Brennnessel. Viele verschiedene Wirkungen, interessanterweise natürlich auch viele Studien mit Menschen. Wir werden euch natürlich auch einige Studien davon unter dem Video verlinken, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. So, dann wollen wir jetzt mal zu der Geschichte der Brennnessel kommen. Und die Geschichte ist so unfassbar groß und vielfältig von der Brennnessel, dass wir das jetzt auch noch mal ein bisschen unterteilen. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Brennnessel im Brauchtum an. Und da spielt die Brennnessel eine große Rolle. Zum einen hieß es, wenn man am 1. Januar Brennnesseln isst, dann wird man ein gutes Jahr haben. Das war so das erste. Dann Gründonnerstag sollte man wiederum Brennnesseln essen in der Gründonnerstagsuppe zum Beispiel, um im darauffolgenden Jahr keine Geldnot zu haben, sondern eben eher viel Geld zu haben. Dann wurde die Brennnessel auch am Johannistag gegessen. Das sollte wiederum vor bösem Zauber schützen. Apropos böser Zauber. Das gleiche wurde auch gemacht schon kurz vor dem Johannistag. Nämlich zur Sommersonnenwende wurden Brennnesseln vor Türen und Fenster gelegt, auf Tiere und Untertiere, um eben auch alles vor böser Hexerei und bösem Zauber zu schützen. Man hat dann auch, und das bitte nicht nachmachen, in der Pfingstnacht Kühe mit Brennnesseln geschlagen, um sie vor Hexerei zu schützen. Also war auch mal so ein Brauch anscheinend. Ansonsten gibt es aber auch noch andere Brauchtümer. Zum Beispiel hat das Ganze auch eine Rolle gespielt, die Brennnessel, so ein bisschen in der ganzen Strahlentheorie, in der Esoterik und so. Das heißt also, da wo es mit Wünschelruten und so einhergeht. Und zwar hat man da gesagt, also da wo die Brennnesseln wachsen, ist die Erdstrahlung besonders hoch. Und deswegen schlagen an diesen Orten auch bevorzugt Blitze ein. Und dass irgendwie Fieberkranke an den Orten eher Heilung erfahren, wo die Brennnesseln wachsen, und gesunde Menschen, dass es denen oder deren Gesundheit halt eher nicht so zuträglich ist. Apropos Blitze einschlagen, also das ist nicht so die einzige Verbindung mit der Brennnessel und Gewitter und sowas. Denn die Brennnessel heißt auch alternativ Donnernessel und hat eben oft so eine Assoziation mit Gewitter. Und auch da gab es noch einen anderen Brauch. Nämlich beim Bierbrauen sollte man Brennnesseln auf den Rand des Bottichs legen, in dem man Bier gebraut hat, falls ein Gewitter kommt, damit das Bier davor geschützt ist, sauer zu werden. Also auch das war so ein Brauch, der eben da eine Rolle gespielt hat. Ansonsten, was es auch noch gab, war so ein Brauch, dass es heißt, okay, man soll fünf Brennnesseln in die Hand nehmen. Und das wird dazu führen, dass man bei klarem Verstand bleibt und von Angst befreit ist. Ja, das mit dem klaren Verstand macht vielleicht insofern Sinn, weil das brennt wahrscheinlich dann wie die Hölle. Und falls man irgendwie Gedanken verloren bei irgendwas anderem war, ist man spätestens dann, wenn man das dann in der Hand hat, wieder im Hier und Jetzt angekommen, weil es einfach so furchtbar brennt, und dann auch noch nachwirkt und schön kribbelt in der Hand. Und klar bleibt man dabei klarem Verstand, weil man hat ja die ganze Zeit diese Hand, die da so schön brennt. Also das funktioniert bestimmt auch richtig gut. Eine Frage, die sich beim Brennnesselsammeln ja vielleicht auch stellt, ist, warum brennt die Brennnessel eigentlich? Und was lässt sich denn so dagegen tun, um das so ein bisschen zu verhindern? Am besten natürlich präventiv. Wir haben ja, was wir bei den Merkmalen ja schon gehört haben, eben diese Brennhaare. Ja, und die sind auch sehr interessant, wenn man die sich auch mal vielleicht unter der Lupe anschaut und so. Denn wie gesagt, im unteren Bereich zur Basis hin sind die so ein bisschen verdickt. Und da ist die Brennflüssigkeit drin. Die enthält so tolle Stoffe wie Histamin, Acetylcholin und Serotonin. Und dann läuft das Brennnessel-Brennhaar ja nach oben hin so ein bisschen spitz zu. Und bei Berührung, da bricht da oben eben sozusagen so ein bisschen was ab. Und dann entsteht sowas wie so eine richtig schöne scharfkantige Kanüle, die einem dann eben diesen Brennsaft schön in die Haut rein initiiert. Also das ist so ein bisschen die Wirkweise. Und dann geht das halt los. Dann kommt halt schon das Jucken und das Kribbeln. Ja, um das so ein bisschen zu verhindern, empfiehlt es sich die Brennnessel eher beim Sammeln so von unten anzufassen, so von unten nach oben. Denn auf der Blattunterseite und so hat sie tendenziell eher weniger bis keine Brennhaare. Und da ist man ein bisschen davor geschützt zumindest. Ansonsten kann man natürlich auch ganz zivilisiert zu Gummihandschuhen greifen. Aber wir machen das nicht, denn wir haben sowas wie vielleicht eine eingebildete Immunität gegen den Brennsaft. Ja, je öfter man das macht im Frühjahr, irgendwann stört einen das dann auch nicht mehr, wenn es ab und an mal ein bisschen kribbelt. Das gehört einfach zum Frühling dazu. Ja, das sind halt Frühlingsgefühle. Dann ist aber auch so eine traditionelle Sache, wenn man sich dann doch verbrannt hat und gerade in der Natur ist und jetzt vielleicht kein kühlendes Aloe Vera Gel oder sowas dabei hat, dass man dann sich umschaut im Orbit der Brennnessel und dann auf den Stellen, wo es brennt, entweder sowas mit Wehgerich, ja, den so ein bisschen zerreibt und drauf tut auf die Haut. Oder auch Ampfer, ja, so zum Beispiel stumpfblättrigen Ampfer oder sowas, ist auch so ein traditionelles Kraut, was eben so auf die verbrannten Stellen aufgetragen wird. Wurde wissenschaftlich nie untersucht so, aber ist halt so eine ganz verwurzelte Tradition, die man halt da so gemacht hat immer. Und ja, hilft vielleicht. Also wir haben es auch noch nie so richtig probiert, ja, weil wir lassen es einfach mal ein bisschen kribbeln. Schon okay. Als nächstes wollen wir uns mal anschauen, was in der Geschichte, die Brennnessel so in der Mythologie für eine Rolle gespielt hat, aber was eben auch so für Geschichten entstanden sind daraus, ja, und auch für Legenden teilweise, die sich bis heute natürlich fortführen. Einerseits gibt es den tibetischen heiligen Milarepa und der Legende nach hat er mehrere Jahrzehnte lang ganz einsam meditiert. Und das einzige, wovon er sich ernährt hat, waren wohl Brennnesseln. Und das ist dann wohl dazu gekommen sogar, dass er grüne Haare und eine grüne Haut bekommen hat. Und er wurde dann auch über 80 Jahre alt. Ja, also das ist so eine Geschichte eben aus Tibet mit der Brennnessel. Dann war die Brennnessel in der nordischen Mythologie dem Gott des Donners geweiht, nämlich Thor. Aber gleichzeitig spielt sie da auch eine ganz andere Rolle. Nämlich Loki, der hat das Fischernetz erfunden und das war dann in dem Fall auch aus Brennnesseln. Ja, und wenn ihr euch an unser Mistel-Video erinnert, ja, denn da hat die Mistel ja auch eine Rolle gespielt in der nordischen Mythologie. Und da war es ja eben so, dass Loki für den Tod von Baldur verantwortlich war, in gewisser Weise, und gesucht worden ist. Und er hat sich dann versteckt und vor den anderen Göttern, die ihn eben ein bisschen, ja, die waren nicht so fröhlich darüber und haben den halt gesucht. Und der hat, wie gesagt, das Fischernetz erfunden, was aus Brennnesseln ist. Aber gleichzeitig hat er sich auf seiner Flucht dann dummerweise eben auch mal in den Fisch verwandelt. Und die anderen Götter konnten ihn mithilfe seiner eigenen Erfindung diesem Fischernetz irgendwann in die Enge treiben und fangen. Ja, dumm gelaufen für Loki in dem Fall. Außerdem hat die Brennnessel auch bei den Truppen von Julius Cäsar eine Rolle gespielt, denn die haben sich so auf längeren Feldzügen dann teilweise mit Brennnesseln eingerieben und geschlagen und so, um sich wach zu halten. Denn wenn es schon überall kribbelt und so und ständig brennt, ist es halt ein bisschen schwieriger einzuschlafen durchaus. Und das war so eine Methode, die sie halt im Krieg verwendet haben. Dann gibt es auch ein Esswettbewerb von Brennnesseln, wo rohe Brennnesseln gegessen werden. Ja, den gibt es in England auch schon seit längerer Zeit. Und da geht es einfach darum, so viel wie möglich davon roh zu essen. Apropos Essen und Brennnessel. Also die Brennnessel hat auch in der Geschichte eine Rolle gespielt. Es ist nämlich eine Zutat in der Nine Herbs Charme, was so eine Neun-Kräutersuppe ist, die es schon seit dem 10. Jahrhundert auch gibt. Ja, und ist da eben auch essenzieller Bestandteil von. Weiterhin spielt die Brennnessel auch eine Rolle in einem Märchen von Hans Christian Andersen. Und zwar gibt es dort das Mädchen Elisa, die auf einem Friedhof gesammelte Brennnesseln verweben muss, um ihre Brüder, die in Schwäne verwandelt worden sind, wieder zurück verwandeln zu können. Ja, und die muss halt schweigend weben mit Brennnesseln, die von einem Friedhof stammen. In der Geschichte wurden Brennnesseln komischerweise nie als Kopfschmuck verwendet. Aber es hat sich jetzt spätestens heute geändert. Ansonsten hat die Brennnessel als Nutzpflanze auf jeden Fall eine ziemlich lange Geschichte. Die geht mindestens bis in die Bronzezeit zurück. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Brennnessel sehr vielfältig verwendet worden ist als Faserpflanze zur Herstellung von Bekleidung, zur Herstellung von Fischernetzen, zur Herstellung von Segeltüchern, aber auch zur Herstellung von Papier. Ja, und das hat eben sehr lange sich in der Geschichte weiterhin so hingezogen. Eben die Verwendung als Faserpflanze, da eignete sich die Brennnessel eigentlich eben sehr, sehr gut. Und erst als die Baumwolle aufkam, wurde sie dann eben so ein bisschen abgelöst. Hatte dann manchmal noch so ein bisschen so ein Revival. Wenn es Kriege gab und zu Baumwollknappheit gekommen ist, dann wurde die Brennnessel teilweise plötzlich wiederverwendet, eben zur Herstellung von Bekleidung. Die Brennnessel wurde aber auch verwendet, um Bekleidung zu färben. Kann man ganz wunderbar damit machen, denn die Blätter enthalten sehr, sehr viel Chlorophyll und deswegen kann man Kleidung damit grün färben. Aber auch Lebensmittel werden teilweise mit dem Chlorophyll aus der Brennnessel grün gefärbt. Auch mit der Wurzel kann man übrigens Kleidung färben und da geht es dann eher so ein bisschen in so eine gelbliche Farbe rein. Dann wurden Brennnesselblätter auch verwendet zur Konservierung von Lebensmitteln, insbesondere von Käse. Außerdem findet die Brennnessel auch noch eine ganz andere Verwendung. Das ist dann eher so in der Landwirtschaft und im Garten. Und zwar gibt es ja die berühmte Brennnesseljauche. Das wird ja auch immer noch sehr viel gemacht und ist ja auch ganz wunderbar effektiv. Und mit der Brennnesseljauche wurden und werden Schädlinge bekämpft im Garten, beim Gemüsebau und sowas. Aber gleichzeitig ist es auch ein guter Dünger. Also da haben wir eben auch so eine Verwendung. Also die Brennnessel wurde, wie man sieht, sehr viel verwendet. Vor allen Dingen als Faserpflanze, was leider nicht mehr so ist. Dabei ist es ja eigentlich eine ganz wunderbar nachhaltige Faserpflanze, die man eben auch lokal gut anbauen kann in Gebieten, wo es eben eigentlich keine Baumwolle gibt. Also ist eigentlich eine tolle Alternative, was vielleicht in Zukunft mal wieder mehr eine Rolle spielen könnte. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Jetzt wollen wir uns mal noch einem besonders großen Teil in der Geschichte widmen. Nämlich der Verwendung als Nahrungs- und als Heilpflanze. Und da spielte die Brennnessel natürlich auch eine riesige Rolle. Denn ja, es gab sie ja sehr viel. Und sie hat ja auch sehr viele Wirkungen, wie wir schon gesehen haben, die auch wissenschaftlich sich mittlerweile nachweisen lassen. Und eine ganz große Sache ist die Verwendung gegen Rheuma. Also das hat in der Geschichte eine große Rolle gespielt und wird ja mittlerweile wissenschaftlich eben auch nachgewiesen, dass es auch tatsächlich da was dran war und ist. Und zwar wurde die Brennnessel eben innerlich gegen Rheuma verwendet, aber auch äußerlich zum Beispiel durch Auspeitschen mit der Brennnessel, was so ein bisschen auch den Blutfluss stimulieren sollte und sowas. Und ja, eine besondere Verwendung war zum Beispiel auch bei Rheuma Brennnesselbier, was tatsächlich gebraut worden ist. Ja, wo die eben ein wichtiger Bestandteil von war. Außerdem wurde die Brennnessel auch in der Geschichte schon als Diuretikum eingesetzt. Ja, eben als hantreibendes Kraut. Aber gleichzeitig auch noch für alle möglichen anderen Sachen in der Richtung. Ja, zum Beispiel bei Nierenleiden. Die Brennnessel wurde aber auch bei Sachen verwendet, die jetzt wissenschaftlich nicht untersucht worden sind bisher und dadurch auch nicht nachgewiesen worden sind. Zum Beispiel bei Magenleiden wurden sie eingesetzt. Aber auch ganz traditionell zum Beispiel auch bei Haarausfall. Also sowohl so wässrige Auszüge als auch alkoholische wurden eben bei Haarausfall eingesetzt. Dann sollte es auch die Laktation so ein bisschen anregen und stimulieren. Und sie wurde auch zum Beispiel bei Anämien eingesetzt, was natürlich auch auf absolut Sinn macht aufgrund dieser hohen Nährwerte. Da ist ja auch zum Beispiel relativ viel Eisen drin und so. Also zur Blutbildung war es auf jeden Fall auch ein beliebtes Mittel. Ja, dann gibt es noch so ein ganz anderes Thema, was zum Beispiel ja von Dioscorides erwähnt worden ist oder von Ovid und von allen möglichen anderen Leuten, die sich so mit Kräutern und so beschäftigt haben. Und da geht es vor allen Dingen um die Brennnessel Samen. Nämlich, dass die als Aphrodisiakum galten. Wirklich in der Geschichte recht verbreitet bei vielen Leuten. Und da hieß es eben so, dass es zum Beischlaf anregt oder die Lust zur Unkeuschheit erweckt und sowas. Da war die Brennnessel eben auch recht beliebt. Eher einfach als Aphrodisiakum, dass die Samen teilweise in Wein reingetan worden sind und sowas alles. Und da war eben auch eine große Verwendung. Ansonsten ist die Brennnessel natürlich auch einfach eine ganz klassische Nahrungspflanze gewesen. Eine Pflanze, die vor allen Dingen in Form von Spinat verwendet worden ist und allen möglichen anderen Sachen oder auch in Form von Suppen. Also das ist natürlich auch ganz zentrales Thema, was ja immer noch gemacht wird im kleineren Rahmen. Wir machen das ja zum Beispiel auch. Aber geschichtlich war es eben eine wirklich sehr, sehr wichtige Nahrungspflanze, die eben auch, weil sie sehr früh im Jahr ja schon austreibt. Ja, teilweise auch in einem milden Winter ja schon im Winter auch zu finden ist und deswegen einfach sehr gut verfügbar ist, fast das ganze Jahr lang und einen gut versorgen kann mit vielen wichtigen Nährstoffen und sowas. Und deswegen war es einfach auch sehr viel auf dem täglichen Speiseplan der Menschen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, was man mit der Brennnessel eigentlich so machen kann oder was wir damit auch machen. Am liebsten machen wir damit ganz minimalistischen Spinat, Brennnesselspinat. Einfach frische Triebe sammeln, so wie die hier. Kleinhacken mit Öl und Zwiebeln in die Pfanne oder in den Topf und dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer ran und Muskatnuss natürlich auch. Und fertig ist der Spinat. Also ganz lecker und sehr sehr nahrhaft natürlich auch. Ansonsten entsaften wir die Brennnessel auch sehr gerne oder tun sie auch in Smoothies ja mit Obst zusammen, beides. Wenn man sie jetzt roh verzehren will, außerhalb von Säften oder so, so als Salat, macht es halt ein bisschen Arbeit. Denn da kommen ja die Brennhaare ins Spiel, die jetzt so beim Kochen oder Zerkleinern eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Das ist dann halt unschädlich gemacht. Als Salat müsste man sie halt auch sehr sehr klein hacken oder mit einem Nudelholz platt walzen, um so die Brennhaare unschädlich zu machen. Machen wir eher nicht so gerne. Wir bevorzugen da andere Sachen eben der Zubereitung. Pesto lässt sich natürlich auch ganz wunderbar herstellen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Brennnesselsamen, die sich vielseitig einsetzen lassen. Wir haben zum Beispiel auch schon mal Brot gebacken, wo wir sowohl Brennnesselblätter als auch Brennnesselsamen, beides verwendet haben. Ist auch sehr lecker. So Brennnesselbrot kann man gut machen. Und sonst natürlich auch in der warmen Küche eignet sich die Brennnessel auch hervorragend als Füllung für allerlei Gebäck. Also wenn man so wie Spinat macht, aber das dann halt zum Beispiel in der Kiech mitverwendet oder bei allen möglichen anderen Sachen. Also die Brennnessel lässt sich wunderbar vielseitig auf jeden Fall einsetzen. Und weil das so ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch in die Kommentare schreibt, was ihr so am liebsten mit der Brennnessel macht. Denn da gibt es ja halt so unfassbar vieles zu. Wie auch zur Geschichte. Vielleicht wollt ihr auch noch irgendwas ganz anderes zur Brennnessel ergänzen zu dem Video. Würde uns sehr freuen, denn es gibt einfach so unglaublich viel, was man damit machen kann. Dass wir uns da auf jeden Fall sehr sehr freuen, wenn ihr da was zu erzählen habt noch. Ansonsten, wie gesagt, die Brennnessel, wir verwenden die nicht so gerne als Salat. Aber ein anderes tolles Salatkraut, was man jetzt finden kann, ist natürlich das Tellerkraut. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal hier in dieses Video hier oben rein. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was man jetzt im März gerade so sammeln kann, dann schaut gerne mal in diese Playlist hier rein. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert mit Glocke und natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt mit Spenden bei Paypal oder Patreon oder auch gerne mal in unserem Merchandise-Shop vorbeischaut, wo ihr unsere selbst designten Kleidungsstücke erwerben könnt. Bis bald!